Das nervt echt extrem. Vor allem kann man nichts mehr sagen, ohne dass das kommt. Pass mal auf. Käpt'n! Sollen wir versuchen, noch eine Stunde aufzuholen? Tu es. Oder tu es nicht. Es gibt keinen Versuch. Gehen Sie auf 17 Knoten. Im nächsten Hafen gibt es ein Kino. Dann hört das hoffentlich auf. 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 Ohhhhh.